Der verlorene Sohn ist zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, Animus, der Animus-Podcast. Es wird wieder spannend, denn es wird wieder Fitner gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Animus hat eine neue Triple-Folge rausgeschallert und die zwei letzten Folgen scheinen es wirklich in sich zu haben, denn es gibt hier anscheinend deutliche Worte über die Moise vs. Maestro-Nummer, ja, und danach äußert sich Animus anscheinend direkt auch zu den Aussagen von Bushido, der ja in seinem eigenen Podcast mit Peter Rosberg, ja, sagen wir mal, sehr unschön, teilweise auch sehr abfällig über Animus geredet hat, nachdem Animus doch in über 100 Podcast-Folgen seines eigenen Podcasts penibel darauf geachtet hat, über Bushido nicht allzu negativ zu reden und ihn auch sehr, sehr oft in Schutz genommen hat. So, wir gehen direkt in die erste Folge rein, Moise vs. Maestro, ekelhafte Witze, Obdachloser, Alim, wer bist du? Andro und Animus sprechen über Moise und dessen Person, Content und aktuelle Beliefs, alle Infos. Was geht ab, mein Name ist Animus, Hostess der Animus-Podcast. Diese Episode wird präsentiert von Manscaped.com. Oh, Manscaped, das ist aber eine gute Firma. Animus, mach mal klar hier, das ist eine gute Firma. Dem führenden Unternehmen für Männerpflege. Acht Millionen Männer weltweit vertrauen auf Manscaped und nutzen die Geräte und Produkte für die optimale Pflege im Intimbereich, aber auch für den restlichen Körper. Ich habe es neulich bei der UFC gesehen, dass Manscaped ein Hauptsponsor ist und so bin ich auf die Marke aufmerksam geworden. Ja, safe, ne? Also, Animus hat sich auch gedacht, okay, eigentlich habe ich keinen Bock auf Manscaped, aber da die bei der UFC sind, denke ich mir, okay, dann feiere ich das. Ja, genau, das ist halt so eine Rasur vom primären Geschlechtsorgan des Mannes. Wenn ich die Produkte selbst getestet habe, kann ich es euch... Der Rasenmäher. ...getrost weiterempfehlen. Ideal für jeden... Gibt es da auch ein Video, wo Animus die Produkte selber testet? Das würde mich mal interessieren. ...jeden Mann, der auf Hygiene Wert legt und ideal für jede Frau, die ihr Mann ein Geschenk machen will, von dem sie am Ende auch selbst profitiert. Mein Bestelltipp für euch ist das Performance-Package... Die Musik dazu, ja? Digga, das ist so echt romantische 80er-Jahre-Pornomucker, Alter. Und Animus redet hier davon, dass... Das ideale Geschenk auch für eine Frau, die ihrem Mann eine Freude machen möchte, von der sie dann selber profitiert, ja? ...4.0, darin findet ihr alles. Von einem Premium-Trimmer bis hin zum Deo, Boxers, Kulturbeutel und vielem, vielem mehr. Mit dem Code Animus20 erhaltet ihr 20% auf eure Bestellung und... Animus20? Nicht schlecht, Digga, ja. Das ist auf jeden Fall besser als Koro5. ...kostenlosen Versand. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß beim Einkaufen und weiter geht's mit dem Podcast. Peace. Peace. Also, Bulletin News war... Wieso Flair, Alter? Bulletin News war doch Dingsmann. Ähm, Mois, Alter. Oh, Mois. Topmeldung. Topmeldung. Ja. Was hast du erfahren darüber und was gibt es da zu erzählen? Also, das, was ich gesehen habe, war das Maestro, dieser Freund von Mois. Ehemalige. Ich hab's negativ über Mois geäußert, in einem sehr langen Video, was ich mir angeschaut hab auch. Komplett? Ähm... Hä? Hast du's dir komplett angesehen? Ja, ich hab's mir komplett angeschaut. Und... Komm, Animus hat sich das auch gegeben, Digga, ja. 80 Minuten über Mois abledern, da ist Animus noch drin, Digga, ja. Kann mir nicht vorstellen, dass er sich das nur geskippt hat hier. Bringt halt zur Sprache, also wenn ich's in einem Satz so zusammenfasse, war einfach, dass Mois, ähm, alle anderen abgezogen hat und sich alles Geld, was reinkam, einverleibt hat und alle ausgenutzt hat und auf keine Art gegeben hat. Das war so der, die Conclusion von, von Maestros, ähm, ersten Statement-Video. Und das hat eine riesen Welle losgetreten. Und jeder hat irgendwie auf Mois, man muss ehrlich sagen, er hat mir so ein bisschen leidgetan auch, weil jeder hat dann irgendwie auf ihm rumgehackt. Ja. Und, aber, wahrscheinlich... Meint ihr, er tat, Animus auch ein bisschen leid? Bestimmt, ne? Bestimmt, Digga. Ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich gerechtfertigt, einigermaßen. Ich mein, ich hab Mois einmal gesehen in meinem Leben, der war sehr nett und sehr höflich, sehr respektvoll, auch alles cool. Damals mit, mit, äh, Toni, als er mit Toni unterwegs war. Kollegah meinst du, den nennst du so, Ul Toni. Genau, Mann, Digga, ich sag doch nicht Animus zu dir, oder? Boah, ist das cringe, ja. Der nennt Kollegah Toni, Digga. Ja. Felix Blume, Felix Blume, Spitzname Toni, natürlich, ne? Alter. Und halt, ja. Ich sag doch auch nicht Animus zu dir. Ja, okay. So, ne? Ja, sowas anderes, ja. Du hast ja nicht Kollegah gesagt, du hast Toni gesagt. Auf jeden Fall so, aber... Ich nenn ihn sicherlich nicht Toni. Ich hab natürlich keine Insights. Ich nenn Kolle, Kolle. KOLLE! Jetzt, wie's dabei, ähm, im Keller abgeht und was da war und so, aber das war so der... Ich bin, genau. Erzähl du. Ja, also die Sache ist, guck mal. Ich, äh, hab nicht mehr so richtig planen, was Ondro macht. Ich glaub, das war ein Fotograf, ne? Hab ich irgendwie noch so in Erinnerung. Irgendwie, äh, Fotograf, äh, der so auch, so Rapper-Shootings gemacht hat und so weiter und deswegen natürlich auch einige Erfahrungen in der Rap-Szene gesammelt hat. Ich hab jetzt schon lange ein Problem mit Mois. Ja, das, das weiß man. Genau. Ich kann ihn auf den Tod nicht ausstehen. Ich mag seine rattige Fresse nicht. Ich mag seine Aussprache nicht. Das geht aber direkt wieder in die Folgen hier, ja? All right. Arnie muss ein Beastmode, meine Freunde. Nicht, ich mag seine, sein Möchtegern Humor nicht. Ich mag seine Trip-Videos nicht. Ich mag sein, seine Musik mag ich schon überhaupt nicht. Ich mag... Boom, 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 boom. Nichts an diesem Typ mag ich. Nichts. Zu all dem kommt noch obendrauf, dass er sich rausgenommen hat, sich Lugger über mich lustig zu machen und immer wieder und, ähm... Jetzt hat er mich ja auch noch gedisst in einem Dist-Track. Und die Sache ist, all diese Sachen, die jetzt rauskommen und noch vieles mehr... Da hat der Animus auch direkt ein Statement gemacht und hat sich darüber gefreut, dass er gedisst wurde, weil er gemeint hat, dass es jetzt damit legitim ist, ihn jetzt sehr hart und sehr oft auch auf Tracks zu dissen. Da bin ich mal gespannt, was da so kommt. Ich weiß ja schon seit Jahren, so. Dass er ein Junkie ist, weiß ich. Dass er geschlagen, ausgeraubt, erniedrigt wurde von seinem Umfeld. Das wissen wir auch schon seit Jahren. Dass er sein größter Traum ist, in der Rap-Szene stattzufinden und er deswegen immer seine Reichweite und Klicks genutzt hat, um sich bei Rappern einzuschleimen und dadurch sich mal hier und da ein Feature erbettelt hat. Und das wissen wir ja auch. Und dass von all den Rappern, die mit ihm jemals zusammengearbeitet haben, keiner jemals ihn nach einem Feature gefragt hat für deren Album, das wissen wir auch. Also die haben immer gesagt, ja, du kriegst ein Verse, aber für die ihr Album machen... Naja, der neue Song ist ja ein Feature mit Juri und Sensa, ne? Da ist Moist der Feature-Gast. Da machen die das selbst. Natürlich in der aktuellen Konstellation, wo es halt auch viel um Reichweite gegen Songs und Musik-Credibility geht, ne? Da wird das wahrscheinlich der Fall sein, dass Moist auch mal auf einem anderen Album ist. Aber all diese Sachen wusste ich ja schon. So, und vor Monaten damals, als viel gegen mich geschossen wurde und viele Sprüche geklopft wurden und so weiter, hat Maestro mir geschrieben. Irgendwann mal. Als ich hier in Dubai war, hat er geschrieben, hey, können wir telefonieren? Ich würde mich gerne bei dir persönlich entschuldigen. Ich habe viele Fehler gemacht in der Vergangenheit und so. Dann habe ich mit Nizar darüber gesprochen, weil Nizar ist ja nicht nur im Podcast, sondern auch privat einer meiner engsten Freunde, mit dem ich über viele Sachen rede. Und da habe ich ihn gefragt. Er meinte, hey, hör ihn an, weil Maestro hat so gesagt, er möchte tauber... Ja, das wusste ich aber auch schon, dass die beiden telefoniert haben. Ich glaube, das hat auch Animus schon kommuniziert, glaube ich, ne? Machen also Reue, ne? Also seine Reue aussprechen, so auf dem islamischen Weg. Und dann habe ich gesagt, okay, ich werde keinem das Ohr verweigern, der mir die Hand ausstreckt, quasi auf eine ehrliche Art und Weise. Und dann haben wir telefoniert. Er hat sich bei mir entschuldigt mehrmals. Er hat gesagt, er hat dieses Video gegen mich rausgenommen. Weil er hat einmal ein Video gemacht, was für ein Unmensch ich sei und alles drum und dran. Das war, glaube ich, wo der Diss gegen Sinan rauskam, beziehungsweise die Hust-to-Bars-Episode, wo Sinan sehr, sehr hart gedisst wurde von Animus. Und Sinan da diesen Autounfall hatte, ne? Und Animus dann trotzdem nicht davon abgesehen hat, am gleichen Tag dann das Ding hochzuladen. Und dann auch, als ich gedisst wurde, so auf diesem Song, ne? Irgendwann kurz danach hat er mich auch angerufen gehabt und hatte mir erzählt, was er vorhat mit diesem Statement und allem drum und dran. Und viele von den Sachen, die er erzählt hat, wusste ich schon bereits vorher. Dass er auch seine Leute abgezogen hat, wusste ich, dass er eklig war. Was er in diesem Goldman Tower abgezogen hat. Bro, da hat er irgendwelche komischen Rituale gemacht. Er hat so ein Gottkomplex entwickelt und so. Also es ging schon auf eine Ebene, wo ich mich extrem zurückhalten musste, ihn nicht von oben bis unten zu beleidigen. So, weil der Typ ein richtiges Problem hat. Also die Leute lachen darüber und so, machen ihre Jokes, aber der Typ hat ein psychisches Problem. So, der hat so ein Strafurla, Gottkomplex. Da gibt es aber, in der Musikindustrie gibt es aber einige, die so sind wie er. Guck mal, meine Top 3 Hohensohnliste zum Beispiel. Das sind doch alle so. Achso, ja, du willst nicht die Namen nennen. Bro, ich weiß nicht, ob Leute, von denen sich für einen Prophet halten oder sonst irgendwas und so Sachen machen. Also der eine bestimmt, Alter. Okay. Ja, okay. Der bestimmt 100 Prozent, Alter. Du sagst jetzt, das ist deine Hohensohnliste so. Ich will natürlich nicht so weit gehen, jetzt die Mutter von irgendjemandem zu beleidigen. Aber, weil die wahrscheinlich nichts dafür kann. Ich meine nur dann. Ja, du weißt, wie ich das meine. Und dann, ja. Und dann, Bro, ich beleidige, du rauch links, du rechts. Ja, also. Aber jetzt speziell in dieser Sache. Ich will nur damit sagen. Und dann kam er, hat einen Disstrack gemacht, hat uns alle gedisst. Und dann kam natürlich dieses Statement raus und hat eine Riesenwelle geschlagen. Und viele sind auf diesen Zug aufgesprungen. Und ich bin jemand, auch wenn das ein Mäus ist, so, den ich absolut nicht leiden kann, wenn natürlich plötzlich alle aus den Löchern kommen und so tun, als wären die alle die Saubermänner und nur Mäus ist der Buhmann, dann ist es auch ein bisschen zu einfach. Gibst du mir da recht? Das ist auch so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Hat er nicht unrecht, ne? Hat er nicht unrecht. So. Also ihr wart alle jahrelang mit ihm. Ihr habt eure Jokes mit ihm gemacht. Ihr habt eure Sprüche geklopft. Der Einzige, der hinter den Kulissen seine Sachen bereinigt hat, ist Maestro, muss man ehrlich sagen, weil er hat nicht nur mich angerufen, sondern viele andere Leute. Aber auf einmal siehst du ja, wie es ist. Die Leute sagen, ey, Mäus ist an allem schuld und er ist dies. Synergy, habe ich gesehen, hat noch relativ neutral und korrekt reagiert. Manuelsen aber auch, ne? Manuelsen hat das angefangen, glaube ich, im Stream, aber hat das, glaube ich, dann ausgemacht. Und da dann auch nicht mehr so drauf rumgeritten, ne? Das so vernünftig erklärt. Und dann kam halt diese Entschuldigung von Mäus oder das Statement. Und ich will nur einfach für die Leute erklären, ich habe oft gesagt, dass Mäus einfach nicht er selbst ist. Jede Etappe in seinem Leben ist eine Verkleidung. So. Die erste... Warum bist du nicht du selbst? ...war, er ist dieser... Warum bist du nicht du selbst? Sag uns doch mal bitte, was dir an dir nicht gefällt, Junge. ...Tuber, der über Rapper lästert und sich lustig macht. Plötzlich war seine neue Verkleidung, er will selber Rapper sein und hat drippige Sachen getragen. Er sagt ja auch für den Drip und dies und das, so Worte, die einfach gar keinen Sinn machen. Er wird jetzt sagen, ja, das ist Teil seiner Kunstfigur oder was auch immer, ich fick so eine Kunstfigur. So. Da war er verkleidet mit Bling-Bling-Uhr und Oversize-Klappe. Könnte man da also von einem Faschings-Kostüm reden? Meint das Arnimus? Also mit Rappern, die auch gerne mal ein Faschings-Kostüm anziehen, da hat Arnimus ja auch Erfahrung gemacht, ne? Und jetzt hat er gesagt, okay, ich werde jetzt diese Entwicklung machen zu Jason Statham, Andrew Tate mit Anzug und Haare nach hinten gegelt. Das ist ja wieder eine Verkleidung. Die nach hinten gegelten Haare von Jason Statham und Andrew Tate, man kennt das, ne? All das ist nicht Arnim selbst. Und meine Frage ist, wer bist du? Wer bist du? Wenn du dich dahin stellst, ein Maestro hat sich ganz normal dahingestellt, hat ein ehrliches Statement gemacht, ne? Ihm Vorwürfe gemacht. Was ist seine Reaktion darauf? Er zieht sich wieder so einen Clowns-Anzug an. Ja, das fand ich auch ein bisschen cringe, muss man sagen, ja. Dass er sich dann so in diesen Anzug hier mit Tüschlein und alles, ja, dorthin gesetzt hat, Digga. Setzt dich vor die Kamera, guckt so böse in die Kamera mit seinem Rattengebiss und erzählt wieder irgendeine Scheiße. Und ganz am Ende sagt er einfach zu, ähm, also, hast du das mitgekriegt, dass Mois Maestro seinen YouTube-Kanal angeboten hat? Ja, aber der hat doch drei, drei oder vier Videos. Ja, ja, genau. Die Quintessenz ist, Mois bietet Maestro seinen YouTube-Kanal an. Er sagt, ey, ich schenke dir den YouTube-Kanal, auch wenn ich auf das Geld angewiesen bin und meine Familie ernähren muss und mein Kind ein Dach über den Kopf braucht, aber du kriegst diesen YouTube-Kanal, ich nenne den um in Maestro. Das fand ich ein bisschen komisch, weil er versucht so schlechtes Gewissen zu machen. Bro, nicht nur schlechtes Gewissen, in dem Moment, wo Maestro das angenommen hätte, wäre ja dieses Ganze, du bist geldgeil, du bist gierig, ihr wart nie echte Freunde von Mois auf Maestro übergegangen. Das heißt, du stellst deinem Freund eine Falle, du verkleidest dich wieder wie so ein Staubsauger-Vertreter, setzt dich da hin und versuchst auch noch deinem Freund eine Falle zu stellen. Staubsauger-Vertreter. Ja, das ist halt irgendwo relativ treffend, wenn das auffällt. Falle zu stellen am Ende. Und jetzt kommt das Krasse. Mois erzählt, dass er Steuerschulden hat überall. Dieser Kanal ist wahrscheinlich connected mit dem Finanzamt in Deutschland oder Wien oder sonst irgendwo, die Einnahmen. Das heißt, er hätte sogar theoretisch seine Schulden einfach auf Maestro übertragen. Vince Morg, danke für den Prime-Sub, was geht ab? Nur das, er nennt seinen Kanal dann in Maestro um, ohne Maestro zu fragen, was passiert ist, wenn Leute bei YouTube nach Maestro suchen. Finden die erst Mois-Kanal mit zwei Millionen Abonnenten oder Maestros-Kanal mit hunderttausend Abonnenten. Das heißt, er hat ihn auf drei Arten gefickt. Seine Entschuldigung war die schlimmste Falle, die es gibt. Du willst ihm erstmal die Gier anhängen, du willst dich in die Opferrolle bringen, ihn als Täter darstellen, als Geldgeilen, der die Einnahmequelle deines Kindes wegnimmt. Du willst ihm deine Steuerschulden noch unterjubeln. Na, Bro, Bro, ja. Ja, also, das ist ein bisschen niedlich, wie Arnie muss sich das hier vorstellt, ja. Also, sagen wir mal, Mois, sein Kanal wurde vom Finanzamt attackiert, sage ich jetzt mal, ja, und alle Einnahmen, die dort reingespielt werden, werden automatisch dem Finanzamt weitergegeben. Das ist gut möglich, ja, das kann gut sein, aber das bedeutet nicht, dass wenn er den Kanal Maestro nennt, dass dann Mois diese Schulden nicht mehr hat, sondern Maestro dann die Schulden hat, ja. Also, nur durch eine YouTube-Kanalübertragung kriegst du nicht Schulden, das ist ja nicht ein Erbe oder sowas, was ihr antritt, Digga. Wo wahrscheinlich... Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass, wenn er einen Kanal übernimmt, dass dann irgendwie das auf die Person übergeht. Das glaube ich nicht. Die Einnahmen, die Einnahmen aus diesem Kanal werden wahrscheinlich, wenn er Steuerschulden hat, ans Finanzamt gehen. Klar, die Einnahmen gehen aber nicht auf das Konto von ihm. Das heißt, du gibst ihm einen verschuldeten Kanal, einen Finanzamt verbundenen Kanal? Nee, guck mal, Mois, das funktioniert nicht so. Mois ist verschuldet, nicht der Kanal. Und ich glaube nicht, dass das so funktioniert, Alter. Also, wenn der Kanal wirklich übertragen wird, da gibt es übrigens auch, da bin ich mir übrigens auch nicht so sicher, ob das überhaupt erlaubt ist, dass man einen Kanal einfach so an jemand anders weitergibt. Da müsst ihr mal nochmal reinschauen in die YouTube-Richtlinien. Ich meine mich daran zu erinnern, dass das auch nicht so einfach geht. Wenn jetzt Mois den Kanal Maestro gibt und Maestro dort all seine Daten eingibt, seine Steuerinfos, seine Kontoinformationen und so weiter, dann ist das nicht so, dass von Maestro dann Kohle abgezogen wird. Weiß ich nicht. Wenn er angegeben hat beim Finanzamt, dass er durch seine Einnahmen seine Schulden einspielt, dann muss er seine Einnahmequellen angeben. Und da wird ja wahrscheinlich der YouTube-Kanal ganz weit oben stehen. Aber das Geld wird doch nicht von YouTube vom Finanzamt gefendet, sondern von Mois seinen Bank, von seinem Bank-Account. Es ist ja nicht so, dass das Finanzamt kommt zu YouTube und sagt, gib her. Das Geld wird ja vom Konto von Mois gefendet. Ich denke, so läuft das. Wird von Googles Konto gefendet. Auf jeden Fall. Es ist eine linke Nummer. Das ganze Ding ist link. Hätte er sich einfach mal normal hingesetzt wie ein normaler Mensch. Wie ein normaler Mensch. Mois, wenn du das hörst. Wer bist du? Alim, wer bist du? Wer bist du? Du bist nicht dieser Rapper. Ist das ein neuer Hashtag oder was? Alim, wer bist du? Alim, wer bist du? Du bist nicht dieser krasse Möchtegern Andrew Tate, der Kung-Fu-Tricks macht in diesem Rap-Video, wo du uns gedisst hast. Du bist auch kein Rapper, Bruder. Ich fand das Video aber cool, Digger. Von Bratza Brata. Ich fand das Video war ganz nice gemacht, Digger. So, du hast gute MCs und Schreiber um dich rum gehabt, die sich umgebracht haben, um dir eine einigermaßen okaye Strophe zu schreiben, die immer noch scheiße klingt. Weil deine Aussprache... Ja, ich weiß ja, wer es geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass dem das so schwer fiel, diesen Part zu schreiben. Ich glaube nicht, dass er jetzt monatelang drüber gegrübelt hat. Ein Vibe, scheiße sind. Das kann man dir nicht vorschreiben. Man kann dir einen Text schreiben. Aber es ist wie mit Arnold Schwarzenegger. Deine Aussprache wird immer ein Meme bleiben. Ey, 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 ey. Jetzt muss ich aber mal einschreiten hier, ja. Lass Arnie in Ruhe, Digger, ja. Arnold Schwarzenegger, bester Mann. Das geht zu weit, Bruder. Das geht zu weit, Digger. Auf Arnold Schwarzenegger lass ich nichts kommen, Digger. Sie wird immer ein Meme bleiben. Aber nicht dieses coole Meme wie beim Schwarzenegger. Dieses... Okay, nochmal gerettet hier. Nochmal gerettet. Ja, sondern peinlicher, wackermeme. Es klappt einfach nicht. Und das ist das Problem. Aber man muss sagen, man muss aber sagen, dass dieses Single mit Sunny, da hat er mit Abstand am besten Moist-Part gehabt. Das ist so, als ob du sagst, ey, in der Behindertenwerkstatt hat Stefan die mit Abstand beste Burg gebaut, oder? Nein, aber du weißt, was ich meine. Es war jetzt nicht so, dass man sich so krass dafür schämen muss. Es war doch, es war wack, Bruder. Du musst dir mal diese Reaction von Marvin California dazu ansehen. Oh, warte, hier ist irgendwas mit uns. Burg gebaut. Bruder. Nein, aber du weißt, was ich meine. Es war jetzt nicht so, dass man sich so krass dafür schämen muss. Es war doch, Bruder. Es war wack, Bruder. Du musst dir mal diese Reaction von Marvin California dazu ansehen. Hab ich gesehen. Ey, der Arm. Guck mal hier, die beiden Jungs hier, auf jeden Fall aktive Member der Bogota-Bubble. Also Animus sagt, du musst dir die Reaction reinziehen. Ondro sagt, er hat's gesehen. Aber wir haben die ja gar nicht auf YouTube hochgeladen. Das heißt, es wurde hier live im Stream das Ganze verfolgt hier. Grüße auf jeden Fall an beide. Dass ihr euch auch hier zu später Stunde mit uns, der Bogota-Bubble, hier noch die Stunden vertreibt. Animus und Ondro schon immer Beste. Ja, beste Männer. Und Marvin versucht so korrekt zu sein. Er gibt sich so Mühe. So neutral wie möglich. Wie immer. Wie immer. Dankeschön, Animus. Schön erkannt. Ja, wie immer. Ja, an alle anderen sensiblen Rapper da draußen. Hört euch die Worte von King Animus an. Wie immer gebe ich mir Mühe, so neutral wie möglich zu sein. Es war natürlich nicht neutral genug, denn danach hat ja Mois eine alles vernichtende Story gemacht und hat mich als Keckbrä bezeichnet. Aber trotzdem habe ich mir zumindest Mühe gegeben. Bevor er sogar noch mit Sunny telefoniert hat. Auf korrekt. Du musst dir mal diese Reaction von Marvin California dazu ansehen. Hab ich gesehen. Ey, der Arme. Und Marvin versucht. Der Arme sagt er ja noch, ja. Ach, schön. Schön. Arne muss weiß, was ich mir, was ich hier durchmache, jede Woche. Versucht so korrekt zu sein. Er gibt sich so Mühe. So neutral wie möglich, weil er vorher sogar noch mit Sunny telefoniert hat. Auf korrekt. Die telefonieren so miteinander. Sunny sagt, Bruder, sei bitte neutral. Weißt du, was ich meine? Verreiß ihn nicht. So, ich weiß, das ist Mois, das ist ein bisschen schwierig. Also, dass ich mit Sunny telefoniert habe, stimmt. Ja, ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ja, ey, Bro, sei bitte neutral, zerreiß den nicht und bla bla bla. Ja. Weiß jetzt nicht, woher Animus das hat. Aber warst du dabei, Animus? Ja. Oh, Bruder. Ich weiß es ja noch, ja. Die zwei Tage davor, ich habe mich gefühlt wie ein Callcenter, Digga. Also, nicht nur mit Sunny habe ich telefoniert, sondern auch mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, die mittelbar und unmittelbar dort beteiligt sind. Das Geile ist aber bei Sunny, Digga. Ja, nicht nur, dass das einer meiner besten Homies ist in der Deutschrap-Szene. Sondern, dass Sunny einer der wenigen ist, denen das komplett egal ist und der da halt auch kein Sensibelchen wird, ja, und salty wird, wenn man da mal was kritisiert, egal ob es jetzt bei ihm ist oder bei seinen Signings. Sunny ist einer der wenigen, der nicht nur Reactions nicht sperrt, die negativ sind, sondern die dann sogar noch postet. Von daher kann ich das auf jeden Fall dementieren, dass Sunny da irgendwie versucht hat, Einfluss zu nehmen. Ihr habt ja sogar noch gemeckert, ja. Jetzt hör mal auf, so zu tun, als ob du dich nicht alles verstehst. Ich habe wirklich nichts verstanden bei dem Part, Digga, ja. Aber das geht mir ja öfters mal so. Dass ich einen Song höre und Sachen nicht verstehe und ihr dann sagt, äh, das heißt natürlich das und das und das. Vielleicht postet er Reactions, ohne die zu schauen. Nee, nee, der guckt die schon. Animus und Anna W. kenne ich nur aus Assassin's Creed. Beste Line, Digga. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich hoffe im nächsten Assassin's Creed kriegt Anna W. mal eine größere Rolle. Denn ich habe das Gefühl, wenn sie nicht irgendwann auch mal ein spielbarer Charakter wird, wird das immer noch so passieren, dass die Leute reinschreiben in den Chat, dass es keine Anna W. gibt in Assassin's Creed. Diese Casuals, die Assassin's Creed nur so beiläubig mal gespielt haben oder schon länger her ist, die kennen halt nicht jeden Nebencharakter, ne. Das ist ja so dieses Homonym aus NRW und Anna W. Anna W. und Animus kenne ich nur aus Assassin's Creed. Geisteskrankes Wortspiel, Digga. Aber sei neutral und du siehst so in... Ich habe nach Assassin's Creed Revelation aufgehört, ja Bruder, hättest du mal weitergespielt, ja? Dann wird es auch NRW kennen, wird es auch Anna W. kennen. Marvins Gesicht, der versucht so neutral zu sein, er versteht die Hälfte nicht. Die Disses ergeben keinen Sinn. So alles ist einfach wack und am Ende ist es halt so. Der Einäugige ist der König im Land der Blinden. Die Disses ergeben keinen Sinn, er versteht nur die Hälfte. Ja, gut zusammengefasst eigentlich, ja. Und ein okay, ein halb-wacker-Moist-Part ist besser als alle wacken Moist-Parts, aber es ist trotzdem ein wacker-Rap-Part. Und wir sind hier immer noch im Rap. Und P.L. Sports hat sich dazu geäußert, alle anderen haben sich dazu geäußert. Ja, ich weiß. Er kann nicht rappen, Bruder, das war's. Das ist, als ob ich jetzt versuche zu singen. Ich versuche jetzt zu singen, aber ich disse, während ich singe, Mo Phoenix sein Gesang, Mo Mitchell sein Gesang, Xavier Naidoo's Gesang, Cassandra Steens Gesang, J-Loves Gesang. Ich disse die so, während ich singe, ah, ihr könnt alle nicht singen. Und dann habe ich so Leute, die da sitzen und sagen, ey, von allem Chip, was Alimus bis jetzt gesungen hat, war dieser Gesangssong, wo auch noch die besten Sänger disst, der Beste von allen. Bruder, so funktioniert das nicht. Du bist wack. Du bist wack. Und die größte Frage ist, Alim, wer bist du? Ja, Animus hat Gesangssongs, aber das singt er doch nicht selber, Digga. Setz dich doch mal normal hin, als normaler Typ. Hör auf, den krassen Möchtegern, Andrew Tate zu machen, es passt nicht zu deinem Gesicht. Hör auf, den krassen Rapper zu machen, es passt nicht zu deinem Gesicht. Es passt halt, zu deiner Fresse passt das nicht. Er hat schon gut Hass, Alter. Moiga, Ehrenorsch, das passt zu deinem Gesicht. Du bist ein Clown, du bleibst ein Clown. Das passt zu deinem Gesicht. Ja, ich hab diesen Slang, diesen eigenen Moist Keller GmbH-Slang, hab ich nie gefeiert, Digga. Ja, auch diese Furzgeräusche und alles. Sitzt er mir in einem Statement, warte, er sagt so, ich war, warte, warte, das wird doch schlimmer. Er sagt so, ja, ich bin ja auch Moslem und so und ich weiß, normalerweise sollte Allah mir Hoffnung geben, aber in meiner schweren Zeit hab ich mir Son Goku tätowiert, weil er mir Hoffnung gegeben hat, oder? Was, der Son Goku tätowiert? Ja, hab ich auch, Digga. Son Goku ist mein Lieblings-Pikachu. Ja, weil er ihm Hoffnung gegeben hat, oder? Echt jetzt? Er hat sich Son Goku tätowiert, 30-jähriger Mann. Wir dürfen nicht vergessen, wir reden über 30-jährige Mann. Ja, warte, Son Goku ist krass. Ich fick Son Goku. Aber ich würde mir das nicht tätowieren lassen, Alter. Und so andere, da hat er doch so One Piece, irgendwie Monkey, die Ruffy oder so tätowiert, Bruder. Und mit so jemandem muss ich mich rumschlagen. So jemand besitzt die Frechheit, mich zu dissen, ein Asche zu dissen, ein Bushido zu dissen oder sonst irgendwen zu dissen. Junge, halt deine Fresse, du Clown. Bring uns zum Lachen, mach ein paar lustige Videos oder versuch dein Image reinzuwaschen, in dem du irgendwelchen Obdachlosen Geld gibst, wo du dich als der Retter darstellst und wo du das nur für die Klicks machst, weil du ein Heuchler bist, weil du ein Heuchler bleibst. Hast du sein Video gesehen, wo er Geldscheine an der Pinnwand in so einen Obdachlosen... See the crow, Pokémon meinte ich natürlich. My bad, sorry. Wo es ein Viertel hängt, hast du das gesehen? Nee, hab ich nicht. Bruder, guck mal, guck mal. Aber Animo ist echt gut in Rage hier, ne? Das ist nice. So gefällt mir der Podcast. Obdachlose Menschen, Bruder. Die vielleicht seit Wochen, Monaten, Jahren auf der Straße schlafen. Nichts gegessen haben. Alkoholiker sind, Drogenabhängige sind, ihre Zähne sind verfault, Bruder. Die in der Kälte schlafen. Ihre Füße, ihre Hände, ihre Gliedmaßen wehtun, ihre Augen, Blut unterlaufen, alles. Mois geht hin, er nimmt eine Pinnwand und klebt überall 5 Euro Scheine hin. Und hängt das einfach dorthin und schreibt einen Zettel, jeder nur einen Schein nehmen. Und als dann einer kommt, der mehrere Scheine nimmt, kommt Mois aus der Versenkung und sagt, Bruder, was machst du da, Bruder? Das war für alle, Bruder. Und dann, der Typ, hast du da raus. Warte, der hat doch, ich hab ein Video gesehen, der hat den Leuten Sachen geschenkt einfach. Oder warte mal kurz, warte, die Pinnwand. Der macht das. Und danach steht, die in der Überschrift, ich wäre fast geschlagen worden. Nee, fast abgestochen oder sowas stand doch da, ne? Ja, ist halt die Frage, Digga, ist das noch Content, wo man versucht, die Welt ein Stück besser zu machen? Oder ist das Content, wo man einfach Leute exposen möchte als egoistische, geldgeile Leute, die nicht mit anderen Obdachlosen die 5-Euro-Scheine teilen wollen, sondern alles für sich haben wollen? Der habgierige Penner, ja, das ist, äh, das ist Voyeurismus, äh, Exploitation, Alter, ja, Ausbeute von, von Not und Elend und Armut, Digga. Finde ich, ist kein, äh, kein cooler Content, Digga. Für diese, weil ich den Leuten was schenken wollte. Classic Clickbait. Klar, aber jetzt ethisch nicht korrekt, so muss man schon sagen. Eine von 100 Videos. Und all diese Sachen seh ich über die Jahre, Bruder. Und ich frage mich, Arlim, wer bist du? Du Junkie. Du Clown. Du Stück Scheiße, was du bist, dass du dir die Frechheit rausnimmst. Digger. Also ich hoffe, äh, Animus bringt bald mal wieder Tracks, Digga. Weil ich glaub, der hat, äh, der hat Bock. Rausnimmst, mich zu dissen. Dass du dir die Frechheit rausnimmst, zu glauben, du könntest deine Faxe machen, ohne dass es zurückkommt. Und ich scheiße auf alle anderen vom Keller, wo die interessieren mich nicht. So. Maestro hat sich entschuldigt, den nehmen wir außen vor. Sinan, den nehmen wir außen vor. Die anderen kenne ich nicht. So, die scheißen auf mich, ich scheiß auf die. Das ist jetzt für mich nicht etwas, wo ich sage, oh, ich springe jetzt auf irgendwas drauf. Die Leute, die mich verfolgen, die diesen Podcast verfolgen, wissen, dass ich das schon die ganze Zeit sage. Der Typ ist ein Stück Scheiße, er bleibt ein Stück Scheiße. So. Und das ist das Krasse. Er setzt sich vor die Kamera, angezogen wie ein Staubsaugervertreter. Er zählt eine geheuchelte Entschuldigung und stellt am Ende auch noch seinem Kumpel eine Falle ohne Ende. So eine hinterhältige Falle. Auch nicht in Ordnung so. So. Ich hätte jetzt auch gedacht, weißt du, wenn du schon, also angenommen, mir würde es passieren. Mir würde sowas nie passieren. Aber angenommen. Es kann ja sein. Es kann ja sein. Ja, aber das ist ja böswillig. Was heißt böswillig? Das ist, das ist ja mit Intent gemacht, weißt du, der wollte das ja. Und wenn mir sowas, wenn mich jemand überführen würde oder mir zeigen würde, ey, du hast was Falsches gemacht. Oder du hast einfach Mist. Ey, dann hab doch einfach diese Größe und sagen, ja, okay, sorry, so und so. Es tut mir sehr leid. Wie kann ich es wieder gut machen? Und nicht irgendwie versuchen, noch im Fahrwasser der Entschuldigung irgendwelche Kurven zu schlagen, dass man da irgendwie noch irgendwie... Oder Leute zu beschuldigen. Ja, so gut rauskommt, ist nicht gut. Ja, ich glaube, so allgemein sind die drei Statements von Mois auf jeden Fall nicht gut angekommen. Das kann man schon so sagen. Es ist immer wieder halt interessant anzusehen, wie die Allgemeinheit auch das relativ leicht auch durchschaut, ja, und das nicht nice findet, wenn eine Entschuldigung kommt, aber dann halt ein riesiges Aber noch danach geworfen wird, ja. Ich hab, guck mal, aber ich hab ehrlich gedacht, der macht dieses Entschuldigung-Video und dann ist alles cool, weil ich hab gedacht, okay, so dumm kann keiner sein, dass er sich da noch irgendwie versucht rumzuwinden. Du hast keine Ahnung, was es noch für Sachen gibt. Der einzige Grund, warum ich jetzt nicht noch viel schlimmere Sachen auspacke, ist, weil ich mir denke, ey, das sollen die Betroffenen machen. Ja. So, das sollen einfach die Betroffenen machen. Für mich stellt sich nur die Frage, Arlim, wer bist du? Wer bist du hinter dieser ganzen Fassade? Wer bist du? Schreib ihm doch auf Instagram. Arlim, wer bist du? Vielleicht antwortet er dir. Wer weiß. Wenn du ihn fragst, Arlim, wer bist du? Dann wird er so gucken, so mit seiner Nase nach unten und so, sein Gesicht und seinen zurückgegelten Haaren in der neuen Clowns-Verkleidung und wird sagen, Bruder, guten Morgen, Bruder. Ich bin ein Ehrenohr, Bruder, auf Süß, Bruder. Komm, halt deine Fresse, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer? Hast du dich mal gefragt, wer du bist, du Chöp? Hast du dich mal gefragt, wer du bist? Dass du nicht eine ehrliche Entschuldigung, ehrliche Selbstreflexion, ehrliches Gespräch, nichts von all dem bist du selbst. Nichts. Und das ist das Erschrecken. Also auf jeden Fall haben die nochmal telefoniert, Beuys und Maestro, da werde ich ihn auf jeden Fall auch morgen in der Town Hall nochmal auf den Zahn fühlen. Ja, aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das Ding auch durch, ja. Und es ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass hier geplant ist, irgendwelche privaten Sachen zu leaken oder sonst was, ja. Äh, irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit, die da vielleicht vorgefallen sind. Das war ja auch sozusagen mein Appell. Fasst euch einfach mal an die eigene Nase. Ich glaube, das würde keiner von sich selber wollen, egal wie viel Scheiße man gebaut hat. Und ich nehme auch meine Line gegen Manuelsen zurück. Weil ich hab gerappt. Boah, Beast Mode 5 mit Manuelsen. Äh, Mois bezahlte diesen Dayus mit einem Happy Meal. Er hat nicht mal ein Happy Meal gekriegt, kam jetzt raus. Also Mois hat die Leute gar nicht bezahlt. Nicht mal ein Happy Meal mit einem Spielzeug drin. Der hat aber auch Spaß dran hier, ja. Das war unnötig. Animus, Eib, ja. Eib, Digga, Eib. Das war Eib, ja. Mit einem Spielzeug drin. Ich hab's ja vermisst. Der Animus Podcast ist officially back. Die ganze Rede hier gerade von Animus hat ordentlich Zunder, Digga, ja. Wie ich das gedacht habe. So. Und Manuelsen hat ja auch viel für Mois getan. Erinnerst du dich an die Hook, die Manuelsen gesungen hat? Für den Keller-Song? Es gab die Keller-Hymne. Die Keller-Hymne? Das kenn ich nicht, Digga. Oder meint er diesen Danke-Song? Mit Milano. Milano, Digga. Was macht denn der eigentlich? Gibt's den noch? Mein Lieblingsrapper gewesen damals. Wir sind bei Nice und Scheiß. Willkommen im Club. Er singt so eine Armb... Nee. Das gibt's. Wir sind bei Nice und Scheiß. Willkommen im Club. Das klingt nice. Nice und Scheiß. Kellerhymne, Bruder. Das ist auch hart. Aber Nice und Scheiß war gut. Das war ein cooles Format. Das war cool. Das war echt cool. Ich kann sagen, was du willst. Das war cool. Ich sag dir, was ich will. Ich sag dir, was ich will. Eine Frage. Ich hab eine Frage. Andro so der Nette hier, der noch das ein oder andere Schöne finden möchte hier an der ganzen Nummer. Okay, erzähl, erzähl. Du bist doch ein aufrichtiger Mann. Okay. Auf jeden Fall. Nehmen wir mal an, du bist ein aufstrebender Fotograf. Ein junger Fotograf. Und es gibt eine Sendung, wo ganz Deutschland... Ich weiß, was du sagen willst. Nein, 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 nein. Du weißt, was du sagen willst. Lass mich trotzdem ausreden und antworte als aufrichtiger Mensch. Du bist ein junger Typ. 12, 13, 14, 15. Dein größter Traum ist, Fotograf zu werden. Und irgendein unterhergelaufener Köter holt sich einen kredibilen Fotografen. Manuelsen ist sehr kredibil in der Musikindustrie. Also was sein Know-how angeht, ist er. Ist er auch. Ja. Und der selber, der diese Sendung macht, ist der größte Kek, der keine Ahnung von fotografiert und macht sich über deine Sachen lustig, wo deine ganze Schule darüber redet, dein Umfeld darüber redet, was dich vielleicht komplett demotiviert, was dich zum Meme werden lässt, auf deiner Schule, alles drum und dran, obwohl er gar keine Berechtigung hat, deine Kunst zu bewerten. Das ist, was mich stört. Und du zahlst auch noch Geld dafür, er macht sich die Taschen voll, alles drum und dran. Bruder, erzähl mir doch bitte nichts. Ich fand es eher verwerflich, dass da Leute teilweise 55 Euro bezahlt haben und drei Sekunden gezeigt wurden. Also ihr wisst selber alle hier beim Newcomer-Check, wenn ihr Newcomer was einsenden, dann wird der Song auf jeden Fall bis zum Ende angehört und kriegt von uns auf jeden Fall auch eine teilweise harte, aber auch eine faire, konstruktive Bewertung. Und teilweise wurden da Leute beleidigt, weil die vielleicht nicht in das Schönheitsideal von den beiden gepasst haben oder sowas, wurde sich darüber lustig gemacht, dass die scheiße aussehen, dass ihre Fresse doch nicht geeignet ist für Rap oder sowas. Dann wurden die weggecringed nach drei Sekunden. Das fand ich eher scheiße. Damit hat man aber natürlich auch die Beiträge, die Anzahl der Beiträge nach oben geschallert. Wenn du dir da jeden bis zum Ende durchgeschaut hättest, hätte man wahrscheinlich nicht so viel Geld pro Stream verdient, ne? Auch mit Respekt mit dir gerade, Bruder. Für dich... Nee, das waren nicht nur Mois, Bruder. Das waren Mois und Manuel sind zusammen, die die Jungs da weggecringed haben. ...lässt auf deiner Schule alles drum und dran, obwohl er gar keine Berechtigung hat, deine Kunst zu bewerten. Das ist, was mich stört. Und du zahlst auch noch Geld dafür, er macht sich die Taschen voll, alles drum und dran. Bruder, erzähl mir doch bitte nichts. Jetzt... Ich rede doch mit Respekt mit dir gerade, Bruder. Für dich war es unterhaltsam, weil du gesehen hast, wie die sich lustig machen über die Träume von jungen Künstlern. Okay, aber man muss fairerweise sagen, wenn jemand gut war... Guck mal, der hat ja Manuel an der Seite gehabt. Stimmt, das Quietschehuhn. Ja, 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 genau. Das war in dem Raum, wo die dann auch den No-Name-Song abgecheckt haben, ne? Wo ja alle da hochgesprungen sind. Da war doch Ruiz noch dabei. Sinan. Das kann ich mal noch, Digga. Auf jeden Fall ein paar andere Leute noch. Wenn das jetzt Mois alleine machen würde, würde ich sagen, okay, du hast vollkommen recht. Aber da jemand an der Seite hatte, der versiert war, in dem Bereich irgendwie was zu bewerten, war es jetzt... Und die haben ja auch, wenn jemand gut war, haben die auch gesagt, ja, der ist fast oder der ist fast. Aber Manuelsen war nicht versiert, in den Bereich live zu gehen. Das hat Manuelsen auch extrem geschadet, nice or Scheiß. Weil da saß er dann in der Jury, hat... Da hat er wirklich eine Eskapade und hat den nächsten gehabt, ne? Kennt ihr noch das Deutschlandverbot für 6ix9ine? Ja, 6ix9ine, Deutschlandverbot gegeben, ja. Und noch andere schöne Sachen. Flucht, da fing dieses Fluch, Meme an, dass er ausrastet, Leute. Da hat der 6ix9ine eine Ansage gemacht, auf amerikanisch, A6ix9ine, if you come to Germany, you will see, und so weiter. Dann haben die Jungs hier aus dem Ruhrpott, die mit 6ix9ine unterwegs sind, Manuelsen eine Ansage gemacht, da wurde das schnell unterbunden. Dann hat Manuelsen einen Asiaten gesehen bei einem Song und hat einfach gesagt, boah, der sieht aus wie Corona. Das war bei, äh, na, Public Enemies von Farid, Kolle und Flair. Obwohl er sich ja immer über Diskriminierung und so weiter aufregt, also ihm hat das extrem geschadet. Dann wurde noch... Die Frage ist aber, war 6ix9ine seitdem nochmal in Deutschland? Ihr verdammten Hater. Ihr Schwätzer. Hm? Ich glaube nicht. Es braucht für diese, äh, Nice-or-Scheiß-Hymne, ne, oder diese Keller-Hymne, dann wurde er, ähm, dann hat er seinen Song, dieses, ähm, wie heißt der Song von ihm, der so ab gegen Torset, hat er Torset über seinen Kanal rausgebracht, am Ende hat Manuelsen das wieder löschen lassen und so weiter, alles drum und dran, also er hat ihm auch eine gute Single gegeben, so. Das heißt, ich will nur sagen, ich fand die Sendung Müll, ich fand auch dieses Don't Be Scheiß Müll, was er dann mit Schwester Elba und Asi... Och, die ganz komische Jury, ja, diese, diese Konstellation. Ich hab mal durchgeskippt, ein, zwei Folgen, gibt's das noch? Weiß ich jetzt gar nicht, ja? Nee, fand ich nicht gut, weil da ja auch dann die Leute dann auch live vorgerappt haben teilweise, oder alle, weiß ich nicht, ja, hat mir nicht zugesagt. Was er gemacht hat, so? Das hab ich gar nicht gesehen zum Beispiel. Ja, oder auch das Gleiche, er sagt zu einem Typen, ja, willst du weiterkommen oder nicht, dann mach 20 Liegestütze und der Typ sagt, hä, ich bin jetzt um Rappen, nicht um Liegestütze zu machen. Und wer auch immer das war, Bruder, du hast 100% recht, du gehst dorthin zum Rappen. Erstmal, wer ist dieser Chöp, Mois, dass er dich überhaupt bewerten will? Wer ist dieser Chöp, der... Gut, okay, man könnte jetzt natürlich auch gegen argumentieren, keiner wird gezwungen, sich von Mois bewerten zu lassen, ja? Die sind natürlich alle scharf gewesen auf die Reichweite, die Mois hat. Ja, jetzt wie mit der Schindybox, könnte man auch sagen, ne? Die Schindybox kostet 150 Euro, aber wir wissen, was drin ist. Und jetzt kann jeder für sich selber entscheiden, möchte man 150 Euro für diese Scheiße bezahlen oder nicht, ne? Also wer jetzt 150 Euro für einen lilanen Schindy-Badeanzug, so ein Taschentuch und die CD von Schindy bezahlt, entweder denkt er sich, okay, das ist geil, deswegen kaufe ich mir das, oder ihr lasst es bleiben. Aber sich das kaufen und danach sagen, das ist ja viel zu teuer für das, was drin ist, macht eigentlich auch keinen Sinn, ja? Weil wir wissen, was drin ist. Es gab aber auch schon Deluxe-Boxen, wo man nicht wusste, was drin ist. Dass der sich überhaupt immer in eine Position bringt, Leute zu bewerten oder sich über Leute zu stellen, ekelt mich am meisten an. Man merkt, der Hass sitzt sehr tief, oder die Verachtung? Nein, Bruder, Verachtung, 100% Verachtung. Bei mir sitzt es sehr tief, Alter. 100%ige Verachtung, Bruder, weil wenn der sich einfach mir gegenüber normal verhalten würde, alles gut, aber der hat sich auf meine Kosten lustig gemacht, Bruder. Ja, holt euch lieber die San Andreas-Box, Digga. Ja, das ist richtig. Genau so, genau so. Da kriegt er wenigstens was. Und ich glaube, die San Andreas-Box, was kostet die einen 40er, glaube ich, ne? Voll fair, Alter. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ich sage dir, ich chille. Das, was ich hier so sage, Arlem, wer bist du, das ist einfach nur so von Seite, Bruder, von Seite. Ich hoffe für ihn, dass er irgendwann, also ich hoffe nicht, aber ey, wenn der irgendwann anfängt, mir nochmal auf den Keks zu gehen, Bruder, wir werden unter die Gürtellinie und noch weiter drunter gehen, Bruder, das ist gar kein Problem. So, aber diese Verachtung, die ich empfinde, die kommt von tiefstem Herzen, weil ich mir einfach denke, Digga, all die Sachen, die ich aufgezählt habe, Obdachlose zu Schaustellen für Klicks und Applaus, seien jahrelange Freunden eine Falle, stellen öffentlich hinterfotzig, wie man das jetzt gesehen hat. Junge Rapper, Rapperinnen, Künstler bewerten, die Kunst, die ich... Ne, die San Andreas Box gibt's nicht auf Amazon, die gibt's nur bei Distri. ...ich über alles liebe, Bruder. Du weißt, wie viel ich für Rap getan habe und wie viel ich für meine Karriere geopfert habe und wie viel ich geblutet habe. Und ich sehe in diesen jungen Leuten, die da Geld zahlen... Bei Nice or Scheiß merkte man, mit wem Manu Bief hat. Bei Leuten wie Hava, mit denen er im Streit war. Er war mit Hava im Streit. Hat Manu kein einziges Wort gesagt und nur Mois hat geredet. Beim Mortell hat Manu sogar seinen Stuhl umgedreht. Stimmt, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war eigentlich das einzige Mal. Manu war manchmal etwas sickig. Ja, ist halt schwierig, wenn du dann halt auch so Beziehungen hast. Und teilweise hat er auch schlechte Beziehungen mit jemandem. Schwierig. Ich meine, das ist ja auch meine Challenge, Digga. Wenn mich Leute anpissen, Alter. Und ich mit Leuten im Clinch liege, da trotzdem noch versuchen irgendwie, trotzdem so objektiv und neutral wie möglich zu reagieren. Aber frei von Antipathie und Sympathie kann man sich auch nicht machen. Mal nun ihre Videos einsenden, sehe ich mich selbst drin. Und jeden Jungen da draußen, die zu bewerten, obwohl du keinerlei Recht hast, überhaupt über die zu reden. Du bist der wackste Rapper von allen. Von allen. Du schaffst nicht mal, dass so ein Rap-Genie wie ein San Diego schafft, dass du cool klingst. Keiner schafft, dass du cool klingst, Bruder. Ich schaffe es nicht. Er schafft es nicht. Keiner schafft das. Du wirst nicht cool klingen. Schaffst du nicht. Du schaffst es auch nicht, vor der Kamera zu sitzen und ernst zu reden, außer für zwölfjährige Keks, die einfach diese scheiße glauben, die du erzählst. Aber immer mehr Leute sehen es sehr einfach. Das war, was mich mies abgefuckt hat. Und da habe ich das gesehen und ich dachte, ey, Maestro macht ihm solche Vorwürfe. Und sein Antwortvideo war, Maestro, es tut mir leid. Und ich dachte, er setzt sich da hin und redet einfach mal ehrlich, Bruder. Er setzt sich einfach mal vor die Kamera und sagt, Leute, ich habe missgebaut. Ich habe mich doch auch entschuldigt damals in meinem Statement gegen Manuel. Dann habe ich mich bei seiner Ex-Frau entschuldigt. Ohne auf cool zu tun, ohne böse Blicke. Ich habe gesagt, ey, guck mal, ja, ich hätte einfach nicht darüber reden sollen. In meinem Podcast habe ich das gesagt, ey, ja, tut mir leid, manche Sachen hätte ich mich einfach nicht darauf einlassen sollen. Aber nein, er zieht als erstes. Also wie kannst du, stell dir mal vor, dein Kumpel seit fünf Jahren, der dir am Herzen liegt, macht dir so schlimme Vorwürfe. Und du willst so darauf antworten. Und das Erste, was du machst, ist, ey, Bruder, welchen Anzug ziehe ich an dafür? Hä? Oder was? Das nimmt der Entschuldigung die komplette Grundlage, wenn du dich erst in dein Clownskostüm reinzwängen musst, um dann irgendeine Entschuldigung zu geben und dann mit einem Hoodie im Flur nervös hat der Sinan G einfach Vorwürfe gemacht. Ja, Sinan G war das, der im Keller eingebrochen ist. Einen Tag später hat Sinan G gesagt, ey, ich werde alles auspacken, wie es wirklich war. Ja, auf einmal Sinan, auf einmal Mäuse macht wieder ein Video. Tut mir leid, ich war nur gekränkt, deswegen habe ich Sinan G mit reingezogen. Das war auch hart, Alter. Ich habe Bruce geschaut und der hat auf Sinans Stream reagiert. Und es ist hart, wie die Auflösung der Story dann war. Bro, überleg mal. Also für Leute, die das jetzt vielleicht in ein paar Jahren hören werden, die denken sich wahrscheinlich auch, das ist eine Timeline von mehreren Monaten. Das war alles innerhalb einer Woche, Digga. Ich habe gedacht, weil man weiß, Sinan ist jetzt das Ding, der ist jetzt kein, oder war früher bestimmt kein Chorknabe so. Und ich habe gedacht, so Kerle, der ist einfach, weil ich habe erst gedacht, Mäuse hat ihm Geld geschuldet. Und deshalb ist Sinan rein, hat das Mikrofon genommen, so als Ausgleich. Das habe ich gedacht, ja, das weißt du. Die haben es vielleicht anders verkauft, aber ich habe gedacht, bestimmen wir was dahinter. Aber dass die Story so gelaufen ist, Alter, hätte ich nie im Leben gedacht, Alter. Nie im Leben. Und Sinan muss man sagen, so, aha, also der ist bei mir jetzt in dieser, in dieser, nicht Respektaura, aber dieses, so menschlichen Ding ist einfach so zwei Stufen hochgestiegen. Ja, man muss. Ich sehe den jetzt so super, krass. Man muss generell sagen, dass Sinan in den letzten Monaten auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung gemacht hat. Er hat ja auch seinen Highlight-Kanal, frei von B, von Fitna, soweit es ging, natürlich aufgebaut. Das stimmt, Digga. Das stimmt auf jeden Fall. Also bei Sinan ist eigentlich Wert auf seine Storys und so weiter. Hat ja auch eine bewegte Vergangenheit, viele Sachen zu erzählen. Passt schon. Und deswegen, der hat das gut gemacht, während andere Formate ja nur vom B, von Fitna und allem leben. Und deswegen, der hat das, der hat das schon sehr gut gemacht. Und dann ihn da mit reinzuziehen in diese Kiste war natürlich extrem unfair auch, weil er ihm eigentlich nur helfen wollte. Da ist schon Link. Und dann einen Tag später zu sagen, ja ey, lass mich das klarstellen. Nein, 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 meinte ich doch nicht. Ja. Es ist halt hart. Du hast ja auch immer über Sinan gut geredet, wenn wir es von ihm hatten. Ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger irgendwie. Ja, ja, er hat ja, wie gesagt, mir gegenüber... Ich habe auch gedacht, okay, krass. Aber dass er so ein Typ ist, weißt du, er sein Wort hält und so, hätte ich nie gedacht, Alter. Das ist auch wieder wie das, du so... Nein, nein, Mann, guck mal, guck mal, ich bin ehrlich, guck mal. Hat er recht, ja? Ey, Sinan ist jemand, der hält sein Wort, das hätte ich nie gedacht, Digga, ja? Ich hätte gedacht, der ist vorher der Schäbige, auf den man sich überhaupt nicht verlassen kann, ja? Richtig eckerhafter. Guck mal, du weißt, ich bin ehrlich, egal was ich sage, ich zeige immer meine Meinung. Und ich habe halt diese Schublade gehabt, ne? Ich habe jetzt nicht schlecht über ihn gedacht, aber ich habe... Der war im Gefängnis, das kann kein guter sein. So, ne? Bisschen früher, bisschen Gangster und so. Halt Ruhrpotter-Karnacke. Ruhrpotter-Karnacke und leider machen es halt andere Ruhrpotter. Ich will jetzt nicht Ehrenmann sagen, aber dass er so, also im positiven Sinne... Ehrenmann ist voll die Beleidigung. Dass er so ein Ehrenmann ist, hätte ich nie im Leben gedacht. Das ist schon... Ein Ehrenmann, ich küsse doch sein Herz, ja? Ich küsse seine Augen, Habibi. Bruder Ehrenmann ist voll die Beleidigung, auf jeden Fall. Aber du weißt, Keck ist der neue Drip, ja? Das ist so ein Keck. Er hat sich in der Sache auf jeden Fall korrekt verhalten, muss man sagen. Ja, auf jeden Fall. Und das war halt nochmal, Bruder, ey, wie gesagt, wenn man Freunde wie Mois hat, braucht man keine Feinde, Bruder. Also das ist echt so. Wenn man solche Freunde wie Mois hat, braucht man keine Feinde. So, weil guck mal, was ich mit Flair habe, ist Chockgüsell, im Gegensatz, was Mois mit seinen Freunden hat. Chockgüsell. Ja, Mann, das stimmt. Chockgüsell. Der Animus-Podcast geht weiter mit Folge 108 und anscheinend kommt es hier zum großen Clash zwischen Animus und Bushido. Was heute rauskam, oder gestern, und mir heute hundertfach zugeschickt wurde, war der Bushido-Peter-Rosberg-Podcast. Backstage. Ist da jetzt nicht die letzte Folge eigentlich draußen? Ja, ne? Wann kommt das immer? Freitag oder Montag? Ich glaube, Freitag war der im Bett mit Anna, Maria Feschischi. Montag war der Rosberg-Podcast, ne? Und, ähm... Hey, was war du? Das hab ich nicht gesehen, Alter. Oder hab ich gehört? Bushido meinte so vor zwei Tagen irgendwie, ja, ey, das wird eine Fitna-Folge und da rede ich über Animus und Shindi und Barbasat und dies und das und ich, also rein von dem Verhältnis, das wir die letzten Wochen hatten. Tom, ja, danke für dein Team und Sub, was genau? Wir haben nicht viel Kontakt, aber ab und zu schickt man sich mal so einen TikTok oder irgendwas, so 48 oder er reagiert mal auf eine Story oder ich bei ihm. So, dachte ich eigentlich, dass alles cool ist und dann, ähm... Wie lame ist das denn, ja? Die schicken sich gegenseitig TikToks, so über WhatsApp. Hey, guck mal hier, wie die Katze da vom Tisch fällt, wo sie vom Stuhl auf den Tisch springen wollte. Bisschen, schönen Tag, Anis. Dankeschön, Musa. Hey, 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 witzig. Hab ich jetzt gesehen, also er hat auf Barbasat reagiert, gesagt, Barbasat, richtiger Lügner und schlimmster Mensch und er will nie wieder was mit dir zu tun haben und so. Mhm. Und dann ging es um mich und dann hat Bushido gesagt, also Peter Rosberg hat ihn gefragt, ja. Animos sagt in seinem Podcast, der Grund, warum Animos sich nicht mehr, oder warum ihr euch verstritten habt, war, dass du Animos vorgeworfen hast, dass ihr keine Freunde seid, sondern Animos hätte nur Rechnung geschrieben und das war der Grund, warum Animos dann auf Abstand geht. Ich hätte jetzt mich eher nochmal darüber echauffiert, dass die beiden so tun, als ob die das nicht gehört haben, ja. Also Bushido tut ja so, als ob der noch nie eine Sekunde vom Animos-Podcast gehört hat, weiß dann aber irgendwelche Sachen, die Manuelsen in Stream Highlights gesagt hat, ja, minutiös und fast schon wortgetreu kann er diese Zitate alle wiedergeben, aber so ein Animos-Podcast, ja, da hört er natürlich nicht rein, wenn es um ihn geht, der alte Narzisst, genau. Und auch dann Peter Rosberg dann zurückgerudert im Sinne von, ja, ich hab's nicht ganz gehört, ja, ich hab mal reingehört, so mal durchgeskippt und dann hab ich gehört, das ging's mal zufällig um dich, aber das hat der Bushido auch schon damals in den Interviews immer gemacht, so, ja, ja, kenn ich nicht. Wer? Wie soll der Rapper heißen? Nee, kenn ich nicht, nie gehört. ...gegangen ist und so. Und ich muss sagen, die Antwort von Bushido, also ich weiß nicht genau, wie er auf seine Antwort kommt, weil die halt einfach nicht der Wahrheit entspricht. Uh, Bushido meinte, das lege, also ich hätte falsche Tatsachen in den Raum geworfen und es lege daran, dass ich ihm von meinem Album nichts abgeben wollte und ich will nur ein paar Sachen. Von den paar Cent, die du mit deinem Album verdient hast, ja, der mickrige, kümmerliche Umsatz, der mit deinem hart gefloppten Album generiert wurde, den warst du nicht bereit zu teilen. Zitat Bushido. Also, das ist ungefähr sinngemäß, ne? ... dazu sagen, einfach ich möchte das... Du Geier, wieso hast du ihm nicht zu deinem Album gegeben? Du Geier. Ich möchte das nur mal klarstellen hier. Und zwar, ähm, also erstmal ist das aus dem, das ist eine ganz andere Sache gewesen. Weshalb wir am Ende keinen Kontakt hatten und weshalb er mir geschrieben hat, du hast nur Rechnungen geschrieben und so weiter. Das ist eine komplett andere Sache. Die Sache mit dem Album war, ja, ich hab die Einnahmen zu meinem Album behalten, ne? Einmal, weil ich mein Album selbst vorfinanziert habe und zum Zweiten, Bushido hatte mir damals gesagt, ey, Bro, ich werd deine Sachen bei iGroove hochladen und so weiter. Aber du hast doch die Reichweite bekommen, Bruder, ja? Hast du mal mit der Reichweite, hast du mal drüber nachgedacht? Weiter alles anlegen für dich und so, ich will nichts dafür haben. Ähm, ja, das ist ja eigentlich auch kein Geheimnis, ne? Ähm, Bushido hat weder Jean Solé noch Babassat noch Animus gesigned. Ne, Bushido hat das ja auch selber im Gerichtsprozess bei einem der 100 plus Prozesttage mal gesagt, dass er momentan keine Leute gesigned hat bei EGJ. Und das ist schon, wie lange ist das her, als er das gesagt hat? Schon vor einem Jahr oder so oder noch länger. Das heißt, die Jungs waren alle nur unter dem Deckmantel Bushido präsentiert, affiliated mit Bushido. Aber es ist jetzt nicht so, dass die hier fiese Vorschüsse von Bushido bekommen haben und dann davon halt ihre Sachen da finanziert haben. Das ist alles in Eigenregie. Auch die Jean und Solé Videos, die, ja, die werden auch eigenfinanziert, ne? Das waren seine Worte. Und da hab ich im Gegenzug zu ihm gesagt, Bro, wenn das so ist, diese ganzen Amazon-Exklusives und, äh, die er in der Zeit gemacht hat, für die er halt viel Geld bekommen hat, da will ich auch nichts dafür haben. Das heißt, es war so eine Art geben und nehmen, ne? Ah! Oh, touché! Ja, das hat, äh, Bushido nicht erwähnt. Das heißt, so Sachen wie Bly, das Amazon-Exklusiv zum Beispiel, hat der Animus auch geschrieben und darf ja aber kein Geld bekommen. Der hat nur Geld bekommen für CCN4 und dann für Sony Black 2. Du sagst zu mir, ey, ich mach das und das umsonst für dich. Bruder, sorry, wie konnte ich diesen Banger vergessen? Erster Schnee natürlich, ja? Denn das Leben ist kein Liebesfilm auf Amazon Prime. Allein diese Line verdient es, Animus 100k Vergütung zu geben, ja? Sag, ey, weißt du was, ich mach das und das umsonst für dich, so. Und mir, hinterher hat er mir dann gesagt, ja, ich will doch was dafür haben von deinem Album. Und ich hab mir halt überlegt, ich sag, ey, ich hab mit dem... Bly ist Killer, Digga. Bly ist besser als ein Großteil von Sony Black 2. Bly ist echt ein geiler Track. Album vielleicht 70.000, 80.000 Euro verdient. Wenn ich davon meine Ausgaben abziehe, Produzenten bezahlt, Videodrehs bezahlt, Fahrtkosten, Hotelast, drum und dran, bleiben vielleicht 40.000 Euro übrig. Was soll das am Ende sein? So, ne? Plus, wir haben doch vorher ausgemacht gehabt, ey, ich schreib dir diese Exclusives alle umsonst, so, beziehungsweise mit dir und du behältst das ganze Geld, ich will nichts davon haben. Hab ich im Studio organisiert in Hamburg und es dann so darzustellen, als wäre das der Grund gewesen, stimmt einfach nicht, weil Monate später... Krass, ja, krass. Und man darf auch nicht vergessen, das ist jetzt hier jemand, der, ja, mit Bushido sehr eng war, über mehrere Jahre auch jetzt, ja? In der jüngeren Vergangenheit. Ach, Mann, ey. Der ist schon schwierig, Digga. Der ist schon echt schwierig. Schade, Mann. Schade. War erst die Situation, wo ich ihm bei einer Sache geholfen habe, so, und weil es nicht so schnell lief, wie er sich das gewünscht hat, hat er zu mir halt gesagt, ey, das ist eine Frechheit und so und so. Und du hast nur Rechnung geschrieben, so. Das heißt, wir waren nie richtige Freunde. Das heißt, das, was er da sagt, kann gar nicht passen, weil es Wochen, wenn nicht Monate vorher gelaufen ist, diese eine Unterhaltung bezüglich Album. Ja, warte, aber hast du das, hast du den Podcast von ihm gehört? Oder hat das, hat er nicht darauf reagiert oder so? Nein, das habe ich komplett gehört. Das sind fünf, sechs Minuten, die ich gehört habe, wo er über mich redet. Und ich frage mich halt einfach, was... Ey, voll weg, ja. Ja, Animus hört den Bushido-Podcast, obwohl Bushido gar nicht den Animus-Podcast hört. Ist das weg, ja? Voll peinlich. Voll peinlo, würde BadmomsJay sagen. Cringe der Animus. Ja, warum kann man das nicht einfach zugeben? Ja, ich habe es gehört, ne? Aber Bushido muss immer so tun, so... Ja, was juckt mich das, das ist doch alles so unter meinem Niveau, Alter, ganz ehrlich. Was er damit bezwecken möchte, also mich als Geier darstellen, wenn es faktisch... Also erst mal, wenn er sich nach all der Zeit bei mir entschuldigt hat, wo wir uns wieder getroffen haben in Dubai, hat er sich bei mir entschuldigt. Er hat letztens diesen Post gemacht, hey, das Album ist Gold, äh, Ronin ist Gold gegangen, Animus, Glückwunsch, alles drum und dran, so. Also, nachdem er sich bei mir entschuldigt hat in Dubai und ich ihn verziehen habe, hat er mich ja auf seinen Geburtstag eingeladen. Vielleicht hast du das mitgekriegt, dass ich auf der Geburtstagsparty... Ja, ja, ich habe es bei Instagram gesehen. Geburtstagsabendessen, Party. Da hat er noch in dem Podcast noch gesagt, ja, dass seine Frau, Anna-Maria, ihn doch regelrecht bearbeitet hat, ja. Lad den nicht ein, du weißt, was diese Leute immer mit dir machen, ja. Ja, löse dich von diesen Leuten, sodass er bei Animus so abschauen ist, ja. Bruder, unfassbar. Mann, Mann, Mann. Die Welt zu übertrieben. So, er hat mir geschrieben, hey, Bro, ich feiere meinen Geburtstag, ich würde gerne, dass du kommst. Er hat einfach keine Freundin in Dubai und wollte dann nicht so aussehen, als ob, äh, keine Ahnung, ja, sein Geburtstag gefeiert wird mit Anna-Marias Freundinnen, ja. Und aus Respekt bin ich dort hingegangen, weil von allen Leuten, die dort anwesend waren, war ich der, den er am längsten kennt. Also, da waren so ein paar Dubai-Bekanntschaften, ne, und ich war so der, den er am längsten von dort kannte, abgesehen natürlich von seiner Frau und so weiter. Und jetzt sagt er in diesem Podcast, ja, und, ähm, dann habe ich ihn ja auch zu meinem Geburtstag eingeladen und meine Frau war eigentlich dagegen, dass ich ihn einladen soll. Dann denke ich mir so, welche Intention hast du, wenn du so etwas erzählst? Naja, er will sich über ihn stellen, ja. So, diese, diese irrelevante Kakerlake-Animus habe ich dann irgendwie doch noch eingeladen, obwohl den keiner sehen wollte auf meinem Geburtstag, ja. Alle haben sich, alle haben sich unangenehm berührt gefühlt, als Animus dann reinkam und sich so dachten, äh, wieso lädst du den ein? Der ist ja gar kein Multimillionär wie wir, ja. Äh. Aber Bushido hat ihn trotzdem eingeladen, ja. Auch die Frau wollte das nicht, die hat auch gesagt, nee, Mann, ey. Der ruiniert uns nur mit seiner Anwesenheit da die komplette Stimmung, ne. Dann schreib mir noch einfach. Lass du seine Nummer, ne. Der WhatsApp sagt, ey. Dann denke ich mir so, welche Intention hast du, wenn du so etwas erzählst? Dann schreib mir noch einfach. Lass du seine Nummer, ne. Der WhatsApp sagt, ey. Ja, aber er hat das ja öffentlich gemacht. Das war ja nicht privat. Und ich war ja lang genug der, der in der Öffentlichkeit nichts dazu gesagt hat, wenn Leute über ihn geredet haben. Und mit diesem Podcast wollte ich ja genau das vermeiden in Zukunft. Dass ich stillschweige, also dass Leute öffentlich über mich reden und ich hintenrum die Sachen kläre. Das heißt, stell dir mal vor. Ist ein guter Ansatz. Bushido hat das jetzt in seinem Podcast gesagt, ja, also warum soll er ihn da einfach mal anrufen und dann klären die das hinter den Kulissen? Nö, der klärt das jetzt auch in der Öffentlichkeit, ne. Finde ich gut. Ich tue dir Unrecht. Warum tue ich dir Unrecht? Also woran merkt man das? Indem ich mich bei dir entschuldige Monate später, richtig? Ja. Dann lade ich dich auf meinen Geburtstag ein, du kommst dorthin. Nachdem du meine Entschuldigung angenommen hast, lade ich dich Wochen später, eine Woche später, zwei Wochen später auf meinen Geburtstag ein, du kommst dorthin. Dann Monate später sage ich, ey, du bist voll der Geldgeier gewesen. So. Und meine Frau wollte ich eh nicht auf meinen Geburtstag dabei haben. Vielleicht hat er nur eine Storyline für den Podcast gebraucht. Kann auch sein. Oder er ist ihm, oder er weiß es nicht mehr genau, oder kann viele Gründe. Er hat doch einfach in dieser Folge über alle Weggefährten hergezogen. Mama, ich liebe diesen Menschen. Unter anderem hat er über, unter anderem hat er aber über Shindy vor allen Dingen, auch viele positive Worte gefunden. Und bei Animus hieß es nur, ja, also, Babasat und Animus ist auf jeden Fall was anderes. Ist nicht ganz so schlimm. Obwohl er vorher gesagt hat, Babasat ist der ekehafte Mensch überhaupt. Das heißt, Animus ist einfach nur ein ekehafter Mensch sozusagen. Aber er ist nicht so auf dieser ekehaften superlativen Schiene wie Babasat. Unfassbar, ne? Ich weiß es nicht. Du hast seine WhatsApp-Nummer. Schreib ihm. Fertig. Dann weißt du es. Also, wie gesagt, ich muss ihn wahrscheinlich persönlich damit. Wieso redet man bei EGJ nie über Busy Montana und Co. Bruder? Also soll der jetzt dann in seinem Podcast über Billy 13 reden, oder was? Digga, das kennt doch kein Schwein mehr. Das kennen nur noch die OGs, die affiliated waren damals mit der ganzen Nummer. Also auch Jakuza wurde nicht erwähnt und so weiter. Das ist zu lange her. Das ist zu speziell für so einen RTL Plus Podcast. Mit einfach konfrontieren, beziehungsweise wir müssen uns einfach mal hinsetzen und darüber reden. Vielleicht hat er, wie du sagst, eine falsche Wahrnehmung der Geschehnisse. Aber nochmal für die Leute. Also, das, was er sagt. Ich will jetzt kein Maestro Mois-Video machen oder Podcast. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wo ich jetzt Verläufe zeige und hinter den Kulissen. Und guck mal, in dem Datum haben wir über das Album geredet. Und Wochen später war diese Diskussion wegen dieser Sache mit meinem Kollegen, die übrigens auch immer noch offen ist, so. Und seiner Seite aus immer noch offen ist. Und ihm das zu langsam ging oder ihm nicht geantwortet wurde. Wir uns deswegen gestritten haben und er mir dann gesagt hat, ey, du warst nie mal ein Freund, du hast immer noch recht. Stimmt, das hat er ja gar nicht erwähnt, Bushido. Mir hat damals auch ein Vögelchen zugezwitschert, dass es da wohl Sachen gab, bei denen Animus Connections versprochen hat, bei der Dubai-Ausreise. Und es da wohl laut, also für Bushido nicht schnell genug ging oder er hat sich da nicht fürstlich behandelt gefühlt. Oder er hat sich so gefühlt, dass er aber da nicht die erste Geige spielt und deswegen war er ein bisschen pissig. Und ja. Also das ist alles faktisch belegbar. Dann, dass er sich bei mir entschuldigt hat, bei unserem ersten Treffen in Dubai. Und richtig entschuldigt mit, ey, ich war damals in einer harten Situation wegen meiner Familie. Ich möchte mich bei dir entschuldigen und ich hoffe, du verstehst das und so und so und so. Mich dann auf seinen Geburtstag einlädt und ich denke, ey, das ist nett. Und dann hängt er einfach. Ich weiß nicht mehr, ob Animus das öffentlich erzählt hat. Ich meine Bushido. Bushido hat dazu gar nichts gesagt hier, als er über Animus geredet hat. Jedenfalls nicht, dass ich weiß. Also ich hab, wie gesagt, alles, was ich von Backstage und im Bett mit Anna-Maria Verschischi gehört habe, hab ich hier mit euch gehört. Privat hör ich mir sowas nicht an. Und das ist jetzt Real Talk. Das ist jetzt kein Rapper-Talk im Sinne von, äh, hab ich nie gehört, wer ist das? Ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich sage, ja, meine Frau wollte ich, also was erwartet er jetzt von mir? Soll ich jetzt anfangen, über seine Frau zu reden? Denn, also in welche Richtung, weißt du, soll sich dieses Ganze, soll sich das Ganze entwickeln? Ja, aber... Natürlich sollst du Schütermann schreiben. Verstehst du aber, was ich meine? Ja, ich weiß schon. Das ist das Problem, weil du, du hast einmal, du sprichst einmal über mich und ich bin der Idiot, der in der Weltgeschichte rumläuft und in dem ganzen Podcast, wo ich saß eine Stunde bei Marvin California, hab ihn von vorne bis hinten verteidigt, so. Richtig, richtig. Wir haben ja, äh, wir haben ja richtig geschossen, ne? Da auf jeden Fall dem Animus auch die ein oder andere knackige Frage da aus der Bogota-Bubble um die Ohren geschmissen. Und Animus war sehr fair. Sehr, sehr fair. Sehr, sehr fair, ne? Um da nicht, äh, in eine Schlammschlacht, äh, auszuatmen. Und nach wie vor die Sachen, die ich gesagt habe, ich stehe dazu, also auch die positiven Sachen, dass er mich nicht wegen Geld beschissen hat, so, dass er nicht dieser Tyrann ist, für den ihn die Leute darstellen, dass er in meiner Gegenwart keine Leute geopfert hat und alles drum und dran, so. Aber warum stellst du dich dann da hin, so, und wirfst mir etwas vor, das ich ganz einfach belegen kann, anhand von Verläufen und allem drum und dran, so. Also, warum fragst du mich auf der einen Seite, ey, wir sind mit Ronin Gold, hast du nicht Bock, einen Song zu machen? Und vorher hat er mich gefragt, ob ich ihm bei seinem Album helfen möchte und alles drum und dran. Und dann, weißt du, stellst du wieder solche Behauptungen in den Raum. Also ich verstehe, ich bin langsam. Ja, Digga, das ist so dieses, so dieses Bipolare, Digga. Ja, er sagte hier selber, yo, der hat mich gefragt, ob ich bei seinem neuen Album mithelfen möchte, also die Songs schreiben möchte. Danach wird aber wieder gesagt, ey, keiner auf meiner Geburtstagsparty wollte den eigentlich da haben. Ich hab aus dem Mittag, da hab ich den trotzdem eingeladen. Das ist wie mit Flair, Digga, das hat er bei Flair auch immer gemacht. Immer so auf cool tun miteinander und dann aber lästern, teilweise auch in Interviews. Aber sicher mit meinem Latein am Ende, so was ihn angeht. Ne, weil du kannst dich einmal bei mir entschuldigen, du hast einmal Mist gebaut, ey, ich hab auch Mist gebaut, hab mich auch oft entschuldigt, alles gut. So. Aber dann nimmst du wieder etwas und verdrehst komplett die Tatsache. Stellst mich auch noch und dann sagt er so Sprüche wie, ja und das Album von Animus, das war ja eh, das hat er jetzt keinen großen Umsatz abgeworfen und so weiter. Also er versucht, dass er... Die ganzen subtilen Dinger da drin, auf jeden Fall war das, das war kein, das war keine neutrale, das war kein neutrales Wiedergeben der Faktenlage. Auch noch so indirekt schlecht zu reden und so weiter. Ne, das war so die Art. Ja, Bro. Vielleicht wollte er aber nur sagen, dass es nicht so die Riesenkohle war. Kann auch sein. Ja, Bruder, klar. Klar wollte er das damit sagen. Undro, dann heirate ihn doch, Alter. Aber das kann man auch anders sagen. Verstehst du, was ich meine, zumal seit drei Jahren, über drei Jahren, die erfolgreichsten Bushido-Singles mit mir als Feature waren. So. Keine seiner Solo-Singles hat so viele Streams gemacht, wie die gemeinsamen Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Ohne Animus würde es einen Bushido heutzutage gar nicht mehr geben, ist einfach Fakt. Ja. Es gibt keinen Bushido. Animus hat Bushido gemacht, Alter. Damit will ich nicht sagen, dass ich der Krasseste bin. Damit will ich einfach nur sagen, ey. Er ist aber der Krasseste. Warum redest du diese Sachen? Also, warum redest du in der Öffentlichkeit wie mein Feind, aber hinter den Kulissen wie mein Freund? Das ist das Einzige, was ich mich frage. Vielleicht, natürlich hat es ihn vielleicht gestört, dass ich, ähm, mit Sicherheit hat es ihn gestört, dass ich oft... Ihr befindet uns in einer echt turbulenten Fitnessphase, Manuelsen, Mois Bushido und so weiter, richtig geil. Ja, was hat denn Manuelsen für Fitness jetzt? Der hat ja den Boxkampf gemacht, das war's. Also ich hoffe mal, der kommt ein bisschen zur Ruhe. Über ihn geredet habe, in meinem Podcast und so weiter. Oder auch in dem... Ja, hey. Aber wenn keine Vorreiterview, alles drum und dran. Guck mal. Du hast ja auch nicht nur positive Sachen gesehen. Ja. Positiv genau. Aber, aber... Aber... Das ist immer noch so geil. Wollen wir uns nochmal reinziehen? Das ist so eine bodenlose Frechheit. Das ist so eine bodenlose Frechheit, Digga. Das könnte jeder sein. Das könnte wirklich jeder sein. Das ist der absolute Wahnsinn, ja? Das ist das Poster aus der CCN4-Box. Das ist das allerletzte. Und da schickt er ihm das und sagt so, ey, hier, guck mal, das Poster finde ich ganz geil. Passt dir das so? Jeder große, breite, glasköpfige Mann könnte das sein hier, ne? Ja, das finde ich ganz geil. Glaube ich ihm, dass er das geil findet, ja? Weil er hier zu sehen ist. Er steht hinter Animus, aber ist trotzdem halt im Fokus, ne? Das ist so gemeint. Das ist ein Collabo-Album, was Animus zu 100% geschrieben hat. CCN4 mit Johnny Sins. Ja. Das ist das Poster dazu. Wahnsinn. Wahnsinn. Uff, das können die Leute nachgucken. Also alles, was ich sage, ist belegt. Ich muss aber zum CCN-Poster, muss ich sagen. Ja. Es war jetzt nicht so schlimm, wie du das dargestellt hast. Weil... Was ist denn mit Ondro los, ja? Dann nuckel doch Bushido ein, Alter. Du warst zwar unscharf, aber... Das... Guck mal. Du warst zwar unscharf, aber du standst vorne, ne? Also kannst dich nicht beschweren. Guck mal, ja? Er steht ja vorne. An sich ist das ein Animus-Poster. Der Bushido ganz klein im Hintergrund kaum zu erkennen, aber wenigstens scharf. Digga. Man muss... Fakt ist, er ist größer als du. Und du warst klar zu erkennen, und es war ein Kunstshot. Ich finde es eigentlich auch eine Frechheit, dass auf dem Epic, auf irgendwelchen Epic-Promo-Bildern Jalil sichtbar war. Der Flair ist ja viel größer als Jalil. JBG1 finde ich scheiße, dass Farid da auf dem Cover war. Weil zu der Zeit war Kollegah viel bekannter als Farid, ja? Und alle haben sich gefragt, wer ist denn der, mit dem du dein Album machst, ne? Finde ich relativ scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon... Das Foto war nicht schlecht. Und es war jetzt nicht so... Ich habe mir das nochmal angeschaut, und ich fand es tatsächlicherweise nicht so schlimm, dass es mit der Amazon-Mann... Okay, da gebe ich dir recht. Bruder. Gott sei Dank habe ich es nochmal rausgekramt, ja? Sonst hätte man sich sagen können, okay, vielleicht hat er recht. Ne, hat er nicht. Das ist einfach eine schwarz-weiße, glatzköpfige Silhouette. Das kann, wie gesagt, jeder sein. Ganz ehrlich. Von Johnny Sins bis John Bon Jones kann das jeder sein. Das kann auch Manuel Elsen sein. Hätte er auch manchmal eine Glatze gehabt. Recht, ey, warte. Die Amazon-Mann gebe ich dir recht. Okay, alles cool. Das ist nicht so gut. Aber das mit dem Bild war jetzt nicht so schlimm, Alter. Bro, wenn es so schlimm wäre, hätte ich ihn ja konfrontiert. Ich habe ja den Leuten gesagt, ey, mir war damals alles egal. Ja, aber ich denke mir jetzt, Bro, wir haben uns zwei, drei Mal zum Kaffee getroffen, vor Monaten. Ich habe Bushido jetzt locker seit zwei, drei Monaten nicht gesehen. Danach hat er mir geschrieben, ey, Bro, hättest du Bock mal wieder Ausland, weißt du, an Album arbeiten und so weiter. Ich habe mir schon kein Problem. Wenn du wieder zurück bist, melde dich bei ihm, geht bei, keine Ahnung, Alter, bei Voyage einen Kaffee trinken, trinkt richtigen Kaffee, so wie ich, und chillt miteinander, quatscht darüber und fertig. Das ist der beste Ratschlag, den ich dir geben kann. Aber Bro, das ist ja schon, das Gespräch hat ja schon stattgefunden, wo er sich ja auch entschuldigt hat. Bedenklich, dass Andro selber Fotograf ist, ja. Der lichtet auch bei dem nächsten Fotoshooting für ein Kollabo-Album die Leute so ab. Ne, geht das so? Nice. Alter Schwede. Also ich komme mir langsam vor wie Maestro mit Mois, der einmal die Entschuldigung annimmt, zweimal die Entschuldigung annimmt. Also wen soll das führen? Animus, lass dich zum Hund machen, Alter. Du verbreitest ja mit Absicht einfach Lügen über mich. Warum? Sag doch, ey, Animus war ein schwieriger Typ. Die Lügen, die du über mich verbreitest, sind ganz Deutschland. Gestritten, okay. Sag doch aber nicht, ey, sein Album war der Grund, Bruder. Du hast Amazon-Exklusives gemacht in der Zeit, wo jedes Exklusiv mehr Geld gebracht hat als mein ganzes Album wahrscheinlich. Aber du sitzt in dem Podcast, du musst was erzählen, da sitzt ein Rosberg, der fragt dann irgendwas und du willst ja auch... Ja, das ist aber das erste Mal, dass Bushido über Animus in dem Podcast redet, ja. Also, das ist ja nicht so, dass man da nicht vielleicht auch ein paar schöne Geschichten hätte erzählen können. Dass das irgendwie cool ist oder irgendwie... Deswegen schiebst du den Typ unter die Räder? Du schiebst den Typ unter die Räder? Andro reicht, Bruder, reicht. Ahnung, ich weiß... Mit dem du in Dubai, der dir... Hä, Bruder, das ergibt keinen Sinn. Ich sagte, ich mache das müde. Ich habe mir jahrelang die Scheiße von Flair angehört, die Scheiße von Manuelsen, der auf Koran schwört und lügt wie so ein Wiesel. Das habe ich mir angehört. Oder dann diese Vorwürfe von Azat, ich wäre illoyal, wo ich dann ausgepackt habe, wie viel ich für den geschrieben habe. Dann kam seitdem nichts mehr, weil er auch weiß, ich muss einmal in meine Sprachnotizen gehen und ich kann alles offenlegen. Und der aber, bei dem ich am meisten habe und am weitreichesten und die größte, tiefste Historie, in Anführungsstrichen, ist der Bushido über die letzten Jahre. Und er weiß, was ich alles für ihn getan habe. Dann haben wir uns wegen einer Sache verkracht, wo einfach nichts mit Geld zu tun hat. Ich habe doch noch im Podcast, erinnerst du dich, wie ich im Podcast gesagt habe, ey, alles war fair mit Bezahlung, alles drum und dran. Du hast mir auch so gesagt, genau, privat. Privat hast du mir auch gesagt, das ist alles cool eigentlich. Ja, dann sitze ich bei Marvin California und bei allen, im Interview sitze ich da bei ihm und sage, ey, Bushido hatte eine schwere Zeit mit seiner Frau, die war schwanger. Ich finde es auch nicht gut, wenn Leute über seine Frau reden und stellt euch mal vor, was war eure und dies und das und bla 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 und alles drum und dran. Und dann kriege ich da heute diesen Podcast-Ausschnitt zugeschickt und es ist einfach eine glatte Lüge. Doch, Azad hat natürlich viel selbst geschrieben. Der hat sich damals bei dem Next Level Album von Animus helfen lassen, weil er damals auch Animus unter seine Fittichen hatte und auch damals das Beast Mode 3 hat. War das Beast Mode 2 oder Beast Mode 3, was über Azad rauskam? Das war Beast Mode 3, ne? Genau, Beast Mode 2 kam, glaube ich, noch über Distri. Ne? Und Beast Mode 3 kam dann bei Azad raus. Ne? Genau. Beides extrem geile Alben, werde ich nie müde, das zu erwähnen. Und Azad hat damals diesen Rap-Stil gefeiert und hat sozusagen Animus darum gebeten, ihn bei Next Level zu supporten, damit Azad auch so diesen Style rüberbringen kann. Ich finde das Next Level Album nicht gut, ich muss sagen, ist für mich das schlechteste Azad Album und ich bin sehr, sehr froh, dass er dann wieder zurück zu seinem traditionellen Stil gefunden hat. So, du kannst mir viele Sachen vorwerfen und wenn die stimmen, entschuldige ich mich auch, so, aber warum kommst du mit einer Lüge? Das ist halt so mit einer klar nachweislichen Lüge und warum erwähnst du dieses Detail? Also, ich verstehe nur die Sache nicht, diesen Spruch, ja und Anna-Maria wollte nicht, dass ich ihn einlade. Also, was du denkst, Moment, ich frag dich etwas, ich frag dich etwas. Digga, das ist doch wie mit Flair und dem, was war das, USB-Stick? Ne, Apple-Stick, wo er gesagt hat, den hat er weggeworfen. Bruder, ja, Big Cap, Big Cap. Bushido, der ist so geizig, Digga, als ob der irgendwas wegwirft. Der hat das dann eins von seinen Kindern dann zum Geburtstag geschenkt oder sowas. Der hat das im Schrank aufbewahrt, bis er eins seiner Kinder Geburtstag hat und das dann halt an sein Kind weiter verschenkt. Weggeworfen, erzählte nicht. Du jemals wieder an einem Tisch sitzen mit denen, nachdem, wenn ein Kollege zu dir sagt, ja, meine Frau wollte gar nicht, dass du zu dem Geburtstag kommst, wo ich dich eingeladen habe, du wolltest da gar nicht hin. Also, du bist da nicht aus freien Stücken hingekommen, sondern du wurdest eingeladen, aus Höflichkeit bist du hingekommen. Ja, also natürlich hätte ich kein gutes Gefühl. Würdest du dort an dem Tisch sitzen nochmal? Ich hätte natürlich kein gutes Gefühl zu der Frau, aber ich würde die Frau vielleicht doch nochmal darauf ansprechen. Oh, ich habe mit ihr nichts zu tun. Ich habe mit ihr nichts zu tun. Ich will mit ihr nicht reden. Trotzdem. Das geht gar nicht darum. Ich hätte darüber gesprochen. Es geht darum, warum erwähnst du dieses Detail, also auch von Bushido-Seite aus, warum erwähnst du das Detail? Unnötiges Detail auf jeden Fall. Aber ich könnte mir trotzdem schon vorstellen, dass es wahr ist, dass Anna-Maria keinen Bock auf ihn hatte. Weil ich sage mal so, ich weiß natürlich von nichts, aber es könnte sein, dass Anna-Maria ihn nicht so mag. Genau. Warum erwähnst du zwei, drei Mal, ja das Album hat ja auch keine Umsätze gemacht und kein Dings gemacht und so. Warum erwähnst du solche Sachen? Und dann sagt er, ja, ob ich mit Animus nochmal an einem Projekt arbeite, ich glaube ich werde auf mein Bauchgefühl hören und das nicht machen. Ja, der Animus, der steht jeden Tag von früh bis abends vor den Toren der Menschen von Bushido und hofft hineingelassen zu werden, aber Bushido aktuell eher nicht so Bock drauf, ne? Er schaut mal. Bro, du bist zu mir gekommen und hast nach einem Album gefragt. Du hast mich nach einer Zusammenarbeit gefragt, nicht ich dich. Du hast mich zu deinem Geburtstag eingeladen, nicht ich dich. Du hast mich, dich bei mir entschuldigt, ausfühlen. Boah, jetzt hier Animus, ja? Ratatatata, Junge. Nicht ich mich bei dir. Also das Parad... Das ist ja fast wie eine Hast-Dubars-Vögel. Boxe ist ja, oder, dass ich hier einfach mein Leben chille, ich sag, ey, wir sind befreundet, alles ist gut, wir haben unsere Differenzen geklärt, Geld war nie das Problem. Und das Lustige ist ja, jetzt, wenn dieser Podcast rauskommt, wird der Bushido dann sagen, seht ihr, mein Bauchgefühl hatte recht, weil... Ne, der wird's ja nicht anhören. Bushido hat doch die anderen 107 Folgen nicht gehört, denkst du, er hört die 108er, Alter? Der hat doch nicht mal Zeit dafür. Ja? Aber bist du denn komplett bescheuert, Alter? Als ob der sich diese Scheiße gibt hier. Animus hat jetzt schlecht geredet und ich hätte nicht... Nein, Bruder, das ist eine Reaktion auf deine Lügen. Wie ich über dich geredet hab, schau dir den letzten Podcast mit Urchandise an, wo ich sage, Bushido ist mein... Ich bin befreundet mit Bushido. Bushido ist mein, äh... Er wollte gerade sagen, Bruder, ja? Ah, schon süß, ja, ja, diese, diese Seifenoper. Komm, das hören wir uns nochmal an. Seht ihr, mein Bauchgefühl hatte recht, weil Animus hat jetzt schlecht geredet und ich hätte nicht... Nein, Bruder, das ist eine Reaktion auf deine Lügen. Wie ich über dich geredet hab, schau dir den letzten Podcast mit Urchandise an, wo ich sage, Bushido ist mein... Ich bin befreundet mit Bushido, schau dir die Marvin California Interview an, wo ich wirklich da sitze und auf Biegen und Brechen jeden Vorwurf verteidige. So und sage, ey, der hatte eine schwere Zeit, der hat sich für seine Fans Mühe gegeben und alles drum und dran. Und dann muss ich mir so etwas anhören, Bruder. Und der alte Musa hätte nichts dazu gesagt. Ich hätte einfach gesagt, ach, scheiß drauf. So wie du gerade da sitzt und sagst, ach, scheiß drauf und so weiter. Aber die Zeiten, dass ich meinen Mund halte einfach so und zulasse, dass Leute Lügen über mich verbreiten, sind vorbei. Ja. So. Und da muss man halt einfach sagen... Ich finde es echt cool, dass Animus mittlerweile seine Plattform hat, um auch selber ein bisschen dagegen zu halten, wenn irgendwer seiner Meinung nach scheiße redet. Und das ist ja auch etwas, was einfach nur fair ist. Dass jeder mit den gleichen Karten, mit den gleichen Waffen und mit den gleichen Umständen spielen kann, agieren kann und sich zur Not auch zur Wehr setzen kann. Ja. Und da kann ja immer noch jeder entscheiden, wem glaubt man oder mit wem sympathisiert man. Ja. Ist ja nice, Alter. Das war nicht cool. Das war absolut nicht cool. Aber, ähm, ja, die, 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 die Weggründe verstehe ich nicht. Oder das sind zwei Screenshots, die ich zeigen muss, nur wo man das Datum sieht, wo es ums Album geht und wo es darum geht, dass er mit dem Vorwurf macht, wir waren nie richtige Freunde und da liegen einfach Monate dazwischen. Oh, ich find's einfach absurd. Ich sag dir das jetzt, ich find's wirklich absurd. Ich find's, ich finde den ganzen Aufbau dieser Antwort absurd. Weil, so würde ich über jemanden reden. Ja, dann wär's aber jetzt auch konsequent, wenn Animus jetzt hier seine, seine Schlüsse daraus zieht. Ja, also ich würd mich da auch nicht, äh, ewig verarschen lassen. Ja, er mag, äh, Bushido und es wird natürlich auch ne lukrative Nummer sein. Sollte, äh, Bushido da nochmal mit ihm zusammenarbeiten wollen. Aber man sollte sich auch nicht knechten lassen, ja. Mit dem ich Streit haben möchte. Ehrlich. Das ist die Art, wie ich über jemanden rede, mit dem ich Streit haben möchte. Ey, Undru, du bist geldgeil? Wegen Geld haben wir uns gestritten? Moment. Animus voll korrekt, wie auf der Marvin erwähnt. Ja, safe, Shoutout, ja. Shoutout, äh, Grüßlichen raus an, äh, Musa hier. Du hast voll korrekt... Wenn ich nach Dubai fliege, was wahrscheinlich nächstes Jahr der Fall sein wird, dann werde ich mich auf jeden Fall mit Animus treffen. Du bist geldgeil? Warte, du bist geldgeil? Du bist ein Lügner? Und meine Frau wollte dich, wollte dich gar nicht auf diesem Geburtstag haben, wo ich dich eingeladen habe. Ja, das, das sind keine schönen Worte. Das, äh, das stimmt. Die Zeiten sind vorbei. Alter, Undru, ja? Der ist ja verliebt in Bushido. Der, Bruder. Undru ist eigentlich nur mit, äh, Animus befreundet, weil er über Animus an Bushido rankommen möchte. Die Zeiten sind vorbei. Um für Bushido das Cover zum neuen Album zu schießen. Wo ich mich zu Sachen nicht geäußert habe, deswegen ist absolut gelogen. Und wie gesagt, du bist zu mir gekommen, du hast dich bei mir entschuldigt. Ich hab' dir verziehen. Du hast mich eingeladen. Ich bin da hingekommen aus Höflichkeit. Du hast mich gefragt, ob ich dir bei deinem Album, bei deinem neuen Album helfen kann. Nicht andersrum, Bruder. Ich bin nicht zu dir gekommen. Und all diese Sachen, Bruder, jetzt in diesem Podcast, in diesen fünf Minuten, wo ich noch wie ein Trottel rumlaufe und sage, ey, alles cool und so weiter. So reinzuscheißen, ist auf jeden Fall auch eine Leistung, weil so redet man einfach nicht über einen Freund. So redet man auch nicht mit jemandem, mit dem man in Zukunft ein freundschaftliches Verhältnis haben möchte. Und gerade ich bin ja der Empfindlichste bei solchen Vorwürfen. Weil mein ganzer Podcast und meine letzten Monate bestehen daraus, die Lügen von Leuten aus der Vergangenheit zu enttarnen und aufzudecken. Und du siehst, was passiert ist. Wie viele Leute hinter den Kulissen sich mit mir vertragen haben, sich bei mir entschuldigt haben, auf mich zugekommen sind. Wie sich die Meinungen geändert haben bei vielen Leuten, weil die sagen, oh, wir sehen jetzt die zwei Seiten. Wie viele sich als Lügner entpuppt haben. Wie viele durch ihr Schweigen mir Recht geben. Und all diese Sachen halt. Ja, das wollte ich nur einmal klargestellt haben. Das hast du jetzt zu Genüge getan. Die letzten 30 Minuten. Crazy. Hey, wir sind, guck mal, wir wollten jetzt Fanfragen und so weiter vorlesen. Ja, Mann, voll krass. Wie letztes Mal wieder einfach 50 Stunden einfach gelabert. Zwei Stunden. Wir haben ja zwei Stunden gelabert über Dubai, über Mois und über die Bushido-Sache. Ja, Mann. Ja, Bruder. Dann lass die Fanfragen einfach nächstes Mal machen. Wir haben ja die Fanfragen da. Dann können wir einfach die Tage machen. Ey, mir haben auch zwei Leute geschrieben. Auf mein Account. Ja. Das ist ja süß, ja. Mir haben auch zwei Leute Fanfragen gestellt. Also die beiden möchte ich auf jeden Fall mit reinpacken. Alle beide. Die beiden Fans von mir. Jetzt bei dir. Nicht auf Animus Account, sondern bei mir. Aber das können wir beim nächsten Mal dann. Ja, Bruder, frag doch nochmal nach Fanfragen, bevor ihr die nächste Folge dreht. Dann habt ihr noch ein paar aktuelle Themen drinne. Ich fände es geil, wenn Animus jede Woche hier eine Art Wochenrückblick macht. Das hat mir sehr gut gefallen, so auf aktuelle Themen einzugehen. Ist vielleicht ein bisschen besser, als jetzt jeden seiner Gäste nur so nach den Rap-Goats zu fragen und nach dem persönlichen Anfängen, was natürlich auch immer mit einer Rolle spielen könnte. Aber ich glaube, die Mischung würde es dann ein bisschen prickelnder machen. An den Start bringen. Das machen wir auch ganz entspannt. Ja gut, dann an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Folgt diesem Podcast. Fast richtig gegendert, Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Mädels zuerst nennen. Gern geschehen, Animus. Von Gentleman zu beinahe Gentleman. Lass dein Like, lass dein Follow da. Folgt OnDrow auf allen Plattformen. Lass dein Like, lass dein Follow da. Checkt die ganzen Werbepartner und Sponsoren und alles. Marvin Zähn bei secplus.de. Genau, checkt die ganzen Werbepartner. Um und dran. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und ja, es ist schon relativ spät. Deswegen verzeiht, wenn wir hier manchmal sehr gechillt rüberkommen. Aber so ist das nun mal mit diesen besonderen Episoden, wo man viel, viel redet, was eigentlich gar nicht so geplant war, aber doch irgendwie wichtig ist. Und wir hören uns nächste Woche. Schlaft gut. Und bis nächste Woche. Genau. Ciao. Okay, ciao. Sehr geil, sehr geil. Auf jeden Fall interessant. Animus nachvollziehbar hier Stellung bezogen und dem Ganzen hier Paroli geboten. Feiere ich auf jeden Fall. Ja, lasst ein Follow da, Digga. Animus Podcast, geile Nummer. Let's go. Grüße gehen raus. Ja. Vielen Dank.